Hoi Leute, ich kann nicht ähm reden. Ich muss schnell zum Fight. Wir sind gerade der Rape Droid am Besieger. Er ist so so stark bro. Er ist außer Kontrolle. Ich glaub das ist seine letzte Phase, dann haben wir ihn besiegt. Geh ich, dann mach mich. Kehr, dann mach mich. Man. Er hat noch nicht geblieben. Ich habe Angst, dass sie auf Ende ist. Ich habe Angst. Die anderen können noch nicht mehr scheiße sein. Bro, ich habe sie überliebt. Das war mein erstes Mal dabei. Er trifft mich nicht einmal. Jetzt gleich haben wir ihn besiegt. Er ist schon noch krass. Ich glaube schon, er bekommt es. Okay, wir haben ihn. Wir haben ihn. Wir haben ihn. So, hör mal an. Digga, war das halt ein... das war so...epic. This was...epic. Das war so epic. Ich hab einfach zum ersten mal den Grimm gesehen. Ich kann mal gucken, wer hat den Sandecropt hat. Das Gold Sandepunch. Dann, okay. Was ist das? Wegantender. Okay. Okay. Ich hab's doppelt. Das. Okay. Dann hab ich noch das. Okay. Ich hab'siig. Ich hab'siig. Ich hab'siig. Ich hab'siig. ok leute das war's mit dem video hoffe ihr habt das video gefahren das war epic und ja wir sehen uns in der nächsten folge